Moin moin, servus und hallo, hier ist wieder euer Flo und über die Pflanze, über die ich heute reden will, kennen bestimmt einige von euch, wenn nicht sogar die meisten, und nämlich die Hagebutte, wie hier neben mir der große Strauch und sie wird auch Heckenrose, Hunsrose oder Wildrose genannt. Ja, die Hagebutte gehört zur Familie der Rosengewächse und hat daher auch sehr spitze Dornen, da müsst ihr beim Pflücken immer aufpassen und sie mag es sonnig beziehungsweise halbschattig, wie ihr hier ganz gut sehen könnt, steht es mitten auf der Wiese in der Sonne und da geht es sie eigentlich relativ gut. Außerdem wächst sie an Waldrändern, bei oder in Hecken und bei manchen sogar im Garten. Am häufigsten wird sie die Hunsrose finden und die kann zwei bis drei Meter groß werden und sie haben lange bogenförmig überhängende Zweige, die hier nach unten dann quasi so reichen. Ich hoffe, ihr kennt das ganz gut. Es sind wechselständig angeordnete Blätter mit einem gesägten Rand. Also wie ihr hier kennt, hier ist ein Blatt, das nächste ist hier so eine Blattreihe, dann hier, hier und hier. Und der Rand ist halt, wie gesagt, leicht gesägt. Und wie bei Rosengewächsen üblich hat sie kräftig gekrümmte Stacheln, wie hier gut zu sehen ist, die jetzt sehr spitz sein könnten mit Umständen. Daher muss man beim Sammeln der Früchte aufpassen. Die Blüte der Hagebutte ist weiß bis leicht rosa. Es kann auch farbliche Variationen bei den Früchten auftreten, und zwar von orange über rot bis hin zu rosa. Und die Hagebutten werden ja so einem Dreh maximal zwei bis drei Zentimeter groß. Das ist dann quasi die Frucht. Hier ist noch eine kleinere, da sind viele größere auch mit dabei. Ja, und der Geschmack der Hagebutte ist süß-säuerlich, aber umso später man sie pflückt, beziehungsweise auch den ersten Frost vielleicht schon abgewartet hat, umso süßer schmecken sie auch noch. Und man kann sie roh essen. Aber man sollte davor mit einem Messer oder ähnlichen die Hagebutte aufschneiden. Schauen wir das mal so auf, dann sieht sie das dann auch gleich. Und die Kerne entfernen. Die kennen wahrscheinlich viele von euch. Das sind die Kleinen. Aber ihr kennt das da. Und es ist auch damals in der Schule ein beliebter Scherz gewesen, indem man es beim anderen hinten den Rücken rein tut. Da hat das übelst gejuckt. Und deswegen sollte sie sie auch entfernen. Weil es juckt nicht nur im Rücken, sondern auch im Hals- und Rachenbereich. Das kann Hustenanfall oder ähnliches auslösen. Weil die mini kleine Haare an den Samen, da senkt man die auch immer weg. Aber die Kerne kann man auch rösten. Und damit verbrennen die kleinen Juckhaare. Und somit kann man sie auch essen. Aber dazu später mehr. Aber jetzt bei der Schale die Kerne weg. Hoppala. Und die waren auch nicht ganz so weich. Aber schon relativ süß. Bisschen hart. Da fehlt mir irgendwie gerade das Mark bei der Sorte. Aber schmeckt gut. Richtig schön saftig. Und nach Vitamin C schmeckt man schon raus. Bei der Haargeburt können sie nicht nur die Früchte verwenden, sondern auch die Blüten, die Blätter, wenn sie gerade jung ausgetrieben sind, aber diese nur in Maß und nicht in Massen. Und halt wie gesagt die Samen. Und die Sammelzeit der Blätter ist von Februar bis April, die der Blüten von März bis Juli, die Samen von Juli bis März und die Früchte von Juli bis sogar Januar hinein. Sie gehört außerdem zu den Dirty Dosen. Das heißt, das sind Pflanzen bzw. Gattungen, die es überall auf der Welt gibt und sehr nahrhaft sind bzw. energiereiche Teile haben. Bei der Haargeburt sind es halt die Früchte und die Samen. Ja, Verwechslungsgefahren gibt es eigentlich meines Erachtens keine. Es könnten halt alle andere Wildrosenarten sein, aber die sind normalerweise auch nicht giftig. Ihr solltet aber allerdings darauf achten, dass ihr auch die Haargeburt als Haargeburt erkennt und nicht irgendeine andere rote Pflanze pflückt oder Frucht, weil da könnten durchaus giftige dabei sein. Ja, die Haargeburt hilft bei Erkältung, Bronchitis, Frühjahrsmüdigkeit und bei der Stärkung des Immunsystems durch den hohen Vitamin C-Gehalt. Außerdem ist sie leicht harntreibend. Die Inhaltsstoffe sind Pektin, also Zucker, Vitamine, vor allem Vitamin C, wie ich ja bereits gesagt hatte, aber auch Vitamin A, B1 und B2 sind in der Haargeburt enthalten. Außerdem sind halt in den Samen fette Öle enthalten und in den Blättern Bitter bzw. Gerbstoffe. Nachdem man die Kerne entfernt hat, kann man die Haargeburt roh essen. Man kann auch einen Tee draus machen. Da verwendet man am besten die frischen Früchte, da der Vitamin C-Gehalt da noch ein bisschen höher ist und noch nichts verloren ganger ist. Man kann sie alternativ auch trocknen und es wird auch in den meisten Früchtetees, die man zu kaufen gibt, angeboten und da sind die natürlich auch getrocknet. Außerdem macht man daraus Mousse oder Marmelade oder man kann es für Fruchtweine und Likör hernehmen. Die Schweden sogar machen aus Hagebutten eine Hagebuttensuppe. Dazu nehmen sie ein bisschen Zucker, ein bisschen Kartoffelmehl, Wasser und die Hagebutten. Alternativ schütten sie natürlich dann auch noch Milch oder Sahne hinzu und es soll eigentlich sehr lecker sein. Ich habe es selber noch nicht gegessen, aber werde ich bestimmt mal ausprobieren. Ja und verwenden tut es am besten frisch oder trocknet es und tut es an einem dunklen Ort in einem luftdichten Gefäß lagern. Und somit bin ich auch wieder am Ende meines kleinen Videos. Ich hoffe es hat euch gefallen und vielleicht den ein oder anderen auch weitergeholfen. Würde ich sagen, man sieht sich. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut's rein. Euer Flo macht's es gut. Wir sehen uns im nächsten Video.